grüß euch ja es geht wieder etwas besser aber es könnte noch besser werden will ich mal sagen aber es ärgert mich noch immer dass hier wieder mal vieles zu guten oder auch bösen gemacht worden ist und ich freue mich halt immer wieder auf sachen die eigentlich gut sind wie zum beispiel ich weiß nicht hin und wieder mal eine dose energy drink damit man auch munter ist aber ja es ist halt wieder ein tag wo ich mir wirklich ernsthaft denke dass noch etwas kommen muss wie zum beispiel ich weiß nicht ein tag wo ich mich besser fühle ein tag wo ich mich vielleicht auch nicht besser fühle aber so wird es einmal nicht kommen und ja man muss auch bedenken dass hier irgendein monat tag oder ja ist wo der mensch sagt ja ich raste mich mal aus oder ich verziehe mich zurück aber diese jahre werden vielleicht nie kommen oder auch schon nun ja es ist wieder alles besser ihr habt ja bestimmt am sonntag bemerkt dass meine stimme etwas angeschlagen war und ja und das war einfach mega cool und ja eines muss man auch lassen wenn man zum beispiel irgendwo empfangs probleme hat mit dem anbieter sage ich auf mein hauptkanal als tipp schaut man sich wenn man einen vertrag hat mal an wann kann ich kündigen kann ich meine rufnummer mitnehmen und so weiter aber es muss jeder für sich selber entscheiden und ja ich wünsche euch somit noch einen angenehmen tag und es tut mir leid dass noch die stimme ein bisschen angeschlagen ist aber das wird sich bald wieder ändern und ich brauche nur etwas scharfes essen da denke ich gerade an die wasabi nüsse die einfach ur ur mega scharf sind die vom spa das sind einfach so lecker und ja ich wünsche euch wie gesagt allen noch was seid brav seid auf der hut jeder mensch hat eine meinung ich auch ihr auch